willkommen zurück bei final fantasy 7 wir sind jetzt ich weiß gar nicht sonst fehlt das hier noch aber ich weiß nicht wo das sein soll tatsächlich nein es sieht aus als wäre das da oben dann müsste ich hier lang aber ich so ich muss ja dann würde ich mal sagen gehen wir mal gucken denn wieder da habt ihr mich dennoch alle vermisst wir haben uns ja solche sorgen um dich gemacht dann geh am besten gleich mal zu meister bugenhagen diese leute haben mir hier zurückgeholfen hat red auf einmal eine andere stimme was war das denn gerade habt ihr mich dennoch alle vermisst ist ja nicht niedlich entschuldigt kleine formalität die hier hat ein luftschiff heute morgen verteilt das sind wohl die verantwortlichen für die reaktorexplosionen in mit gar und lass mich warten die wurden geändert aber ihr scheint mit der ganzen sache nichts zu tun zu haben ja und nanaki vertraut euch ihr dürft also rein das sind die blätter die bei arbeit worden sind willkommen im kosmo canyon dem zentrum der planeten kunde was sie nicht auf die idee kommt dass es eventuell doch eine person gibt den eventuell aber sieht schon geil aus ich mag die musik die so ach hier oben sind die alle was denn kunstchen erwartigt haben er muss hat sich da nein so brutal sind wir dann doch nicht hallo wo teile sind dann doch nicht wie war dein tag ich hab da brauchen wir dich rein weil so viele dinge habe ich nicht da unten gibt's waffen die katze hat ein neues gerät hat ein neues gerät was soll ich damit Wir sind 3-0. Immer mit Kachi. Kämpfe ich sowieso nicht, aber... Hier haben wir eine Gang, mit der ich kämpfe. Ein kleiner Energiekick oder ein Appetitanreger? Was darf es denn heute sein? Cool. Das hätte ich aber gerne auch welche, wo ich gegen spielen kann, aber so wie es aussieht, gibt es hier keine. Was muss ich denn? Ich laufe richtig, oder? Ja, komm. Ist das wie eine normale Stimme? Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber... stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Willst du mich jetzt verarschen? Das wird uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Ich bin verwirrt, warum hat der zwei verschiedene Stimmen? Oh, bitte nicht, äh... So lange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen, nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also, ich werd... Ja, hier soll's gehen. Ich schalte ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Ich hätte die Katze gerne als Figur. Und wir erkunden das Dorf. Ah, da unten ist einer zum Spielen. Ich versorgte uns mit allem, was wir brauchen. Auch unsere Vorher. Da unten ist einer zum Spielen. Die spirituelle Energie um euch herum. Die Energie um euch herum. Die Energie um euch herum herum. Halloa! Sieh an, ein Wanderer. Auch du scheinst es aber nicht doch. Der Planet sei jede ausgespielte Karten denn. Ich würde gerne mal wissen, was ich für Karten gekriegt habe. Holy shit. Jetzt sind es zwei Dinge, weil die vier... Ich weiß, die Beine weiß ich nicht mal, was die machen, oder die Beine hier. Ähm, ne, warte mal, warte mal. Diese Karte kann auch keine verbindete Karte abgelegen, diese Karte kann auch keine gewinnen. Hä? Das ist ein verbindete Karte und reduziert die Stärke von verbindeten und gegnerischen Karten im Effektbereich. Ja, nein. Man sollte stets auf sein Herz hören. Achso, nein. Fürchte dich. Wie fürchte, ich mach dich platt. Wartig platt, Frau der Sonne. Oh, wir haben einen Kartendeck, glaub ich, vergessen. Ähm. Ähm. Du, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was gibt's los? Eine Katze maunzt wieder. Oder ob motzt. Und sonst, glaub ich, eher nennen. Und sonst, glaub ich. Das war's für heute. Ja, genau, das mache ich nicht. Habe ich gewonnen. Ach ja, diese Dreckskarte. Danke schon dafür. Genau, siebter, fünfter. Siebter, fünfter, ich muss euch noch in eine Gruppe einladen, dich und Colli. Aber ich hatte jetzt Colli eigentlich schon gesagt. Aber ja, am Dienstag. Weil am Wochenende bin ich nicht zu Hause, aber dann bin ich mit meinen Eltern. Und dann davor, äh, am Dienstag wäre ich dann wieder da. Und dann können wir mit Dings anfangen. Ich glaube, bis dahin dann wieder das Spiel durch. Ich gebe zu. Alles deutet darauf, ich spüre eine Düstere. Hüte dich rein. Du magst dieses... So viele Spiele. Also vergiss nur. Ich bete dafür. Ich gratuliere. Du, Cloud. Der Roboter Wise, gegen den du auf der Fähre gespielt hast, hat ein Versions-Upgrade erfahren. Er befindet sich momentan unterhalb des Goldsforcers. Tritt doch erneut gegen ihn an und finde heraus, ob das... Das ist toll, ey. Da wollte ich die ganze Zeit gegen den kämpfen und dann sowas. Rettastrophe. Müssen wir auch nochmal... Oh, er fällt mir dem auch zu genauer Augen. Nein, du willst mir nicht, dass er sich nicht nötig ist. Ja. Ja, der Blick dreht mir den Heiz um, weil ich das, finde ich, irgendwann mal durchkriege. Ähm. Wann fängt die nächste Sitzung nochmal an? Hallo. Und da haben wir unseren Herausforderer. Als erstes natürlich das... Brauchen Sie aber nicht. Ich habe schon eine Menge Leute hier vor der Kamera. Sie, mein Lieber, sind... Deswegen freue ich... Nein, sagen Sie nichts. Es bedarf keiner Worte. Wie? Juhu. Also laut... Dings brauche ich nicht mehr viel. Weil ich seitdem durch habe. Ich würde mich nicht mehr über die Maschinen nicht mehr so um hier zu Ende, wenn ich sie nicht mehr so um hier vor der Kamera kann. Aber ich mache jetzt nicht mehr so um hier zu einem diesen Schnelldorf. Und da ist doch noch die Schnelldorf. Und da ist doch weit genug. Und das ist ja, dass wir nicht mehr so um hier in den Kopf gehören. Ich weiß es, ich habe noch viel nachgemacht. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ein Witz, oder? Nein, ich glaube, ich habe noch einen Kumpel. Ja, ich glaube... Nochmal. Also, das ist ja eine Katastrophe. So, nochmal. Mit dem in der Mutter muss ich mal frei halten. Ich weiß nicht, wie ich das ist. Hier, wo es geht, wo es geht. Okay, geograph sind weinerほge. Watts werden. Und wir gehen so weiter. Das war's für heute. Ja, ich wusste das. Das hat sich schon wieder gewonnen. Ich krieg die Krise. Ich bin wirklich zu wenig. Hier hab ich genug einer einen Seiten. Tatsächlich. Eigentlich hab ich doch genug Einheiten. Ich bin wirklich zu wenig. 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 Und das muss man trotzdem nicht so gut sein. Also bleiben Sie dran. Es gibt noch jede Menge zu entdecken. Okay wir haben, glaube ich, hier alle. Ja, wir haben noch... Tagversammelt. Ach, Weiß. Ja, woher komme ich da hin? Ich muss den ganzen Blick wieder zurück, ist das Problem. Da kann ich jetzt einfach... Nee, kann ich nicht. Dann gehen wir mal. Wie komme ich da hin? Der kurze Kölster, da komme ich nicht hin. War's klar? Nee. Ich würde den schon gerne... ...holen. Ich weiß, dass hier oben auch noch so ein Weh... ...hier auch noch was ist. 4 von 4, 2 von 4. Hier fehlt mir Norbert. Hier. Ach, freist die Wand an. Oh, hier sind noch ein paar mehr. Das habe ich auch nicht gemacht. Da stelle ich gerade mal fest. Was ist das dann? Da ist die Telebox. Ach komm, wir machen das eben. Jetzt will ich verarschen. Mir ist nicht verfügbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.